Wir haben viele Tiere in unserem Garten und heute zeige ich hier eines davon. Heute geht es um Amphibien und ich habe hier einen schönen großen Kammmolch. Das ist schon ein etwas ausgewachsenes Exemplar. Wir haben ja mal letztes Jahr einen kleinen gefunden. Möglicherweise ist der sehr gewachsen, aber ich denke, dass es ein anderer ist. Und ich jetzt wieder zurück, gegessen haben wir heute auch hier. Also Stechmücken. Das ist ein wirklich großer, ausgewachsener, richtig fetter Kammmolch. Erkennbar ist er vor allem am gelben Streifen am Rücken. Und jetzt setzen wir den Kammmolch wieder zurück ins Wasser.